Heinrich Wilhelm, Heinz, Rühmann war ein deutscher Schauspieler, Regisseur und Sänger. Seine Rolle in dem Film Die Drei von der Tankstelle bedeutete 1930 seinen Durchbruch als Filmschauspieler. Seither gehörte er zu den prominentesten und beliebtesten Schauspielern des deutschen Films und wurde einer der bestbezahlten Filmstars der NS-Zeit. Rühmann wurde vorwiegend als komödiantischer Durchschnittstyp eingesetzt wie in seiner bekanntesten Rolle als Hans Pfeiffer in der Komödie Die Feuerzangenbowle. In der Nachkriegszeit konnte er als Charakterdarsteller an frühere Erfolge anknüpfen, so etwa im Hauptmann von Köpenick und in Es geschah am helllichten Tag. Seinen letzten Filmauftritt hatte der Schauspieler 1993 in Wim Wenders, in weiter Ferne, so nah. 1995 wurde Heinz Rühmann posthum Die Goldene Kamera als größter deutscher Schauspieler des Jahrhunderts verliehen. Leben, Kindheit und Jugend Heinz Rühmann wurde 1902 in Essen geboren. Seine Eltern, Margarete und Hermann Rühmann, hatten im Frühjahr desselben Jahres die Bahnhofsgaststätte in Wanne gepachtet. Heute erinnert der Bahnhofsvorplatz als Heinz Rühmann Platz an diese Verbindung. Vor den Gästen des Lokals hatte Rühmann im Alter von ungefähr fünf Jahren seine ersten Auftritte, die er selbst als Ursszenen seiner Karriere bezeichnete. Um seine Stammgäste zu amüsieren, holte Hermann Rühmann seinen Sohn regelmäßig abends aus dem Bett, um ihn auf der Theke Gedichte rezitieren zu lassen. Heinz spielte seine Rolle, wie man es von ihm erwartete, und genoss den Applaus seines Publikums. Die Geschäfte der Bahnhofsgaststätte entwickelten sich sehr positiv, sodass die Rühmanns 1913 das neu eröffnete Hotel Handelshof in Essen mit Cafés, Restaurants, einem Weinsalon und verschiedenen Geschäften übernehmen konnten. Der wirtschaftliche Erfolg blieb jedoch aus, sodass sie bereits Ende desselben Jahres Insolvenz anmelden mussten. In der Folge zerbrach die Ehe der Eltern, im März 1915 wurde sie geschieden. Hermann Rühmann zog nach Berlin, wo er wenig später wahrscheinlich Suizid beging. Die genauen Todesumstände konnten nie geklärt werden. Margarete Rühmann und die Kinder Heinz, Hermann und Ilse blieben zunächst in Essen. Die Familie siedelte jedoch 1916 nach München über, da eine Freundin der Mutter erzählt hatte, dies sei die Stadt mit den niedrigsten Lebenshaltungskosten in Deutschland. Allerdings war es auch in der bayerischen Landeshauptstadt schwierig, die drei Kinder mit der schmalen Witwenrente durchzubringen. Heinz Rühmann wechselte im Frühjahr 1919 an die Luit-Poltober-Realschule, um dort das Abitur abzulegen. Er verfolgte jedoch den Unterricht lustlos. Sein Ziel war es inzwischen, Schauspieler zu werden. Er trat einer Münchner Laien-Spielbühne in der Augustenstraße bei. Seine Mutter unterstützte ihn bei seinen Bemühungen. Um auf die professionelle Ebene zu gelangen, sprach er bei Ernst von Possard vor, der ihm abriet, Schauspieler zu werden, was Rühmann aber nicht irritierte. Er wandte sich an den Schauspieler Friedrich Bessel vom Hoftheater, um Schauspielunterricht zu bekommen. Im zweiten Anlauf nahm Bessel ihn an. Frühe Laufbahn bereits sechs Monate später wurde Richard Gortner auf ihn aufmerksam. Gortner, der in Breslau zwei Theater leitete, darunter das Lobetheater, bot Rühmann ein Engagement an beiden Bühnen für 80-Mark-Monatsgage an. Bessel, der die Ausbildung gefährdet sah, protestierte zunächst. Er ließ sich schließlich von seinem Kollegen überzeugen, dass sein Schützling in Breslau gut aufgehoben sei. Kurz bevor Rühmann die Reise an seinen neuen Arbeitsplatz antreten sollte, wachte er morgens mit einer Gesichtslähmung auf der linken Seite auf. Ein Arzt diagnostizierte eine Entzündung des fasciales Nervs infolge einer verschleppten Erkältung. Rühmann reiste dennoch ab und wurde von seinen neuen Arbeitgebern erst einmal wieder nach Hause geschickt, um sich auszukurieren. Nach wenigen Wochen war die Lähmung verschwunden, und Rühmann hatte seine ersten Auftritte. Der erhoffte große Erfolg blieb in Breslau aber aus. Seine Rollen waren zu oft auf einen männlichen, heldenhaften Typen ausgelegt. Seine relativ geringe Körpergröße und sein jungenhaftes Aussehen standen hierzu im Widerspruch. Die negativen Kritiken versuchte Rühmann durch exzentrische Kleidung und entsprechenden Habitus in der Öffentlichkeit zu kompensieren. Nachdem der Schauspieler ungefähr ein Jahr in Breslau gearbeitet hatte, wechselte die Direktion. Gortner ging und wurde durch Paul Barney ersetzt. Dieser übernahm das gesamte Ensemble. Als einzige Ausnahme wurde Heinz Rühmann unter Hinweis auf mangelnde Begabung nicht wieder engagiert. Als ihm in dieser Situation das Residenztheater Hannover ein Angebot unterbreitete, nahm er es sofort an. Auch an seinem neuen Betätigungssort verfolgte ihn sein offensichtliches Problem. Rühmann war zu klein, zu jungenhaft, um Heldenrollen zu übernehmen. Während bei Rühmann diese Erkenntnis wuchs und er sich überlegte, wie er dieser Schwierigkeit begegnen sollte, schloss das Residenztheater 1922 seine Pforten. Die damals herrschende Wirtschaftskrise hatte ihm die wirtschaftliche Basis entzogen. Dennoch gab es hier während einer Aufführung ein für seine schauspielerische Leistung wegweisendes Ereignis. Verärgert und beleidigt über eine kleine Nebenrolle sprach Rühmann seinen Text mit Absicht in einem entsprechenden Tonfall, wofür es aber überraschend den ersten Szenenapplaus seiner Karriere und gute Kritik gab. Er griff dieses rhetorische Stilmittel später vor allem in seinen Filmen auf und die zuweilen leicht beleidigt und distanziert wirkende Rhetorik wurde Teil vieler, von ihm verkörperter Charaktere. Nach einer kurzen Rückkehr nach München konnte Rühmann eine neue Anstellung in Bremen finden. Hier wurde ihm die Hauptrolle in der Mustergatte angetragen. Sie entsprach exakt seiner persönlichen Ausstrahlung und wurde für ihn zum großen Erfolg. Weit über 2000 Mal spielte er sie in den folgenden 30 Jahren. 1937 wurde der gleichnamige Film zum Kassenschlager. Anders als er es selbst in seinen Erinnerungen darstellt, war der Mustergatte für das Bremer Schauspielhaus die erfolgreichste Aufführung des Jahres 1922. Im Dezember desselben Jahres kündigte Rühmann seinen Vertrag, da es Schwierigkeiten mit der Leitung des Hauses gegeben hatte, an denen er selbst wegen seiner teilweise recht heftigen Improvisationen nicht unschuldig war. In der Folge war es aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation schwer, ein Engagement zu bekommen. Heinz Rühmann unternahm vergebliche Versuche in Braunschweig und am Düsseldorfer Schauspielhaus. Schließlich nahm ihn die Bayerische Landesbühne unter Vertrag. Hierbei handelte es sich um ein Tourneetheater ohne festes Haus. 1921 durch das Bayerische Kultusministerium gegründet, lag die Leitung zur damaligen Zeit bei Otto Kustermann, der sich als Oberregisseur am Bremer Schauspielhaus einen Namen gemacht hatte. Kustermann hatte seine Schauspieler in zwei Gruppen aufgeteilt, die sich nie sahen, weil jede Truppe ein anderes Gebiet bereiste. Während seiner Arbeit hörte Rühmann von einer attraktiven Frau, einem Ensemblemitglied, die unter dem Künstlernamen Maria Herbot auftrat, aber eigentlich Maria Bernheim hieß. Die beiden lernten sich kennen, und Bernheim, über vier Jahre älter und gut zehn Zentimeter größer als Rühmann, gab ihren eigentlichen Beruf auf und wurde, wie er es selbst nannte, seine Privatregisseurin. Rühmann blieb nur wenige Monate an der Bayerischen Landesbühne, dann ereilte ihn ein Ruf an die Münchner Kammerspiele. Die damalige Direktorin der Kammerspiele, Hermine Körner, sah in ihm die wesentliche Bereicherung ihres Assabels ins komische Fach, und so stimmte er zu. Zu dieser Zeit bekam Heinz Rühmann auch sein erstes Angebot, in einem Stummfilm mitzuwirken. Grundsätzlich nicht sehr begeistert von diesem Medium, überzeugte ihn letztlich die Bezahlung. Für zehn Drehtage wurden 500 Mark Gage in Aussicht gestellt. Rühmann nahm an, und so kam er in dem Film Das deutsche Mutterherz auf die Leinwand. Am 9. August 1924 heiratete Rühmann Maria Bernheim. Statt einer Hochzeitsfeier gab es die Premiere von Slangs Die Erwachsenen, in der Rühmann eine der Hauptrollen übernommen hatte. Als der Mime an das Deutsche Theater nach Berlin berufen wurde, sahen die beiden sich immer seltener, was sich letztlich auf die Ehe auswirkte. Karriere als Filmschauspieler Ende der 1920er Jahre wurde Heinz Rühmann zum erfolgreichen Bühnenschauspieler. Der Mustergatte feierte nach wie vor Erfolge. Zusätzlich bekam er in der Hauptrolle als Charlies Tante gute Kritiken. Es folgten die ersten Einsätze in Stummfilmen. 1930 wurde Erich Pommer, zu diesem Zeitpunkt Produktionschef der UFA, auf ihn aufmerksam und lud ihn zu einem Vorsprechen für einen Tonfilm ein. Rühmann konnte dabei nicht überzeugen und wurde nicht engagiert. Hartnäckig arbeitete er daran, eine zweite Chance zu erhalten, die er schließlich bekam. Diesmal verkörperte er einen ungehorsamen Schüler im Streit mit seinem Lehrer. Damit überzeugte er Pommer, der ihm daraufhin mit der Rolle des »Hans«, neben Willi Fritsch und Oskar Kahlweiß eine der Hauptrollen in dem Film Die Drei von der Tankstelle gab. Mit einer Einspielsumme von 4,3 Millionen Reichsmark wurde der Film zum erfolgreichsten Film der Saison. Rühmann war von da an in ganz Deutschland bekannt. Pommer war von seinem neuen jungen Schauspieler begeistert. Noch bevor die Drei von der Tankstelle seine Kinopremiere erlebte, bekam Rühmann eine weitere Rolle in »Einbrecher«. Bei seinem nächsten Film für die UFA, »Der Mann, der seinen Mörder sucht«, spielte er zum ersten Mal die Hauptrolle, und seine Gage verdoppelte sich. Auf diese Weise wirtschaftlich abgesichert, erfüllte sich Rühmann einen Jugendtraum. Er machte den Pilotenschein und kaufte sich ein eigenes Flugzeug. Der passionierte Flieger machte 1932 die Bekanntschaft von Ernst Udet, der im Ersten Weltkrieg durch seine Luftkämpfe bekannt geworden war. Rühmann bewunderte Udet. Er richtete Z. B. seine Wohnung an der Salzbrunner Straße 38 in Berlin-Schmagendorf nach dem Vorbild der Räumlichkeiten Udits ein. Im »Fliegerzimmer« hingen etliche Fotos, die die beiden bei gemeinsamen Ausflügen zeigten. Rühmann sah sich 1932 auf dem damaligen Höhepunkt seiner Karriere und machte Werbung für Sportkleidung. Die Ufa schloss einen Dauervertrag mit ihm ab, durch den er einer der zu dieser Zeit bestbezahlten Schauspieler des Deutschen Reichs wurde. Karriere in der Zeit des Nationalsozialismus nach der Machtübernahme der NSDAP 1933 äußerte sich Rühmann nicht öffentlich zur Politik in Deutschland, die neben der Ausschaltung des Rechtsstaates und verbrecherischer Willkür die Ausgrenzung und Verfolgung der Juden beinhaltete. Rühmann war gut mit Josef Goebbels bekannt und gehörte zu »einem kleinen Kreis um den Propagandaminister«. Als Rühmann in Schwierigkeiten kam, da seine Frau Maria Bernheim als Jüdin angesehen und diskriminiert wurde, wandte er sich an Goebbels. Rühmann war nach den Nürnberger Gesetzen und ähnlichen Vorschriften für Künstler in der Reichsfilmkammer als Ehemann einer Jüdin auf eine »Judenliste«, der Reichsfilmkammer gesetzt und aus der Kammer ausgeschlossen worden. Das bedeutete ein Berufsverbot. Am 6. November 1936 schrieb Goebbels in sein Tagebuch, »Heinz Rühmann klagt uns sein Eheleid mit einer Jüdin. Ich werde ihm helfen. Er verdient es, denn er ist ein ganz großer Schauspieler.« Rühmann wurde eine Sondergenehmigung erteilt, die ihm ermöglichte, als Filmschauspieler weiterzuarbeiten. Doch die Probleme gingen weiter. Als Goebbels ihm nicht weiterhelfen wollte, wandte Rühmann sich an Hermann Göring. Der riet, er solle sich scheiden lassen und Bernheim solle einen Ausländer heiraten. Dann hätte sie Schutz vor Verfolgung und Rühmann keine Probleme mehr. Die Ehe mit Maria Bernheim wurde 1938 geschieden. Maria Bernheim heiratete, in einer Scheinnähe, den schwedischen Schauspieler Rolf von Naukow, der dauerhaft in Deutschland lebte. Angeblich hatte Rühmann Naukow, der über kein großes Einkommen verfügte, zur Hochzeit einen »Sportwagen vor die Tür« gestellt. Die Scheidung trug Rühmann später den Vorwurf ein, er habe seine Frau im Stich gelassen, um seine Karriere als Schauspieler voranzutreiben. Doch das Ehepaar hatte sich vermutlich schon vorher auseinandergelebt. Maria Bernheim war jedenfalls bei der Hochzeit Rühmanns mit Hertha Pfeiler 1939 anwesend. Bernheim konnte 1943 nach Stockholm ausreisen und entging auf diese Weise dem Holocaust. Rühmann erhielt eine Devisenausfuhrgenehmigung, die es ihm erlaubte, seine Ex-Frau in Schweden weiterhin durch regelmäßige Geldüberweisungen zu unterstützen. Auf jeden Fall hatte Rühmann Vorteile von der Scheidung. Er erhielt am 18. Januar 1939 seine Mitgliedschaft in der Reichsfilmkammer wieder und brauchte keine Sondergenehmigung mehr, um als Schauspieler zu arbeiten. Seine Kontakte zu Goebbels und auch Göring zahlten sich aus. 1940 übernahm Rühmann die Regie eines «Geburtstagsfilms», den die Ufa jedes Jahr als Geschenk für den Propagandaminister drehte. Rühmann zeigte darin den Tagesablauf der Goebbels-Schenkinder. Goebbels war laut Tagebucheintrag sehr gerührt über den Film. Heinz Rühmann hatte Mitte der 1930er Jahre ein längeres Verhältnis mit seiner Kollegin Lenny Marenbach, die unter anderem in der Mustergatte und Fünf Millionen suchen einen Erben seine Filmpartnerin war. Im Jahr 1938 führte Rühmann Regie bei dem Film lauter Lügen. Hierbei lernte er die Wiener Schauspielerin Hertha Pfeiler kennen. Im Juli 1939 heirateten die beiden. Hertha Pfeiler war nach den Nürnberger Rassegesetzen als «Vierteljüdin» eingestuft, sodass sie Rühmann hatte heiraten können. Mit einer Sondergenehmigung von Goebbels wurde sie in die Reichsfilmkammer aufgenommen. 1942 wurde als einziges Kind der Ehe der Sohn Peter geboren. Rühmann wurde vom Filmpublikum nicht als Aushängeschild des nationalsozialistischen Regimes wahrgenommen. Das lag voll auf der Linie von Goebbels, der eine subtile Propaganda bevorzugte. Die Bandbreite von Rühmanns Filmrollen reichte von komischen Figuren und tragikomischen Figuren bis hin zu propagandistischen Auftritten. In Quacks, der Bruchpilot spielte Rühmann einen «treuherzig blickenden» Flieger in einem Komödienfilm, der Reklame für militärische Ausbildung machen sollte. Das wird von Wolfgang Benz als ein Beispiel für «indirekt manipulative Propaganda» angeführt. 1941 spielte er unter der Regie des Präsidenten der Reichsfilmkammer, Karl Fröhlich, in der Gasmann einen Gasableser, der der Auslandsspionage verdächtigt wird. Rühmann kam wie viele Prominente des Dritten Reiches in den Genuss von teilweise jährlichen Sonderzahlungen aus einem Geheimfond Hitlers in Höhe von 20.000 bis 60.000 Reichsmark. Im zeitlichen Zusammenhang mit dem Einmarsch der Wehrmacht in Dänemark und Norwegen im Frühjahr 1940 befürchteten die Rühmanns, als «Stimmungsmacher», missbraucht zu werden. Sie schrieben zahlreiche Briefe an dänische Freunde, um einen solchen Eindruck zu korrigieren. Als Heinz Rühmann bei Goebbels denunziert wurde, er wolle mit seiner Frau auswandern, ließ Goebbels den Fall durch den Leiter der Filmabteilung im Reichsministerium für Propaganda und Volksaufklärung und späteren Reichsfilmintendanten Hippler untersuchen. Im Tagebuch vermerkte Goebbels zum 10. April 1940, Kleinigkeiten. Rühmann hat sich positiv erklärt. Der maßgebliche Denunziant wurde im Übrigen gemaßregelt. Im Jahr 1943 zeichnete sich ein Aufführungsverbot des in der Entstehung befindlichen Films die Feuerzangenbowle auf Bestreben von mit Goebbels konkurrierenden Nazikreisen, u. a., dem Erziehungsminister Bernhard Rust, wegen der negativen Darstellung der Rolle der Lehrer ab. Durch die guten Beziehungen Rühmanns zu Hermann Göring konnte Rühmann dennoch den Start des Films in den Kinos durchsetzen. Er brachte auf Görings Befehl den Film selbst ins Führerhauptquartier Wolfsschanze, wo eine Privatvorführung in Görings Anwesenheit stattfand, der daraufhin die Aufhebung des Filmverbots durch Hitler verfügte. Am 28. Januar 1944 wurde der Film Urauf geführt. Heinz Rühmann wurde als Staatsschauspieler nicht zur Wehrmacht eingezogen. Er musste nur eine Grundausbildung als Abwehrflieger auf dem militärischen Flugübungsplatz Quambeck südlich von Quedlinburg absolvieren. Für das Regime war er als Schauspieler wichtiger, als er es als Soldat hätte sein können. Von der Teilnahme am Kriegseinsatz wurde er verschont. Im August 1944 wurde er in die gottbegnadeten Liste des Regimes aufgenommen. Die Landhausvilla Heinz Rühmanns in Berlin, am kleinen Wannsee 15, hatte Rühmann 1938 sehr günstig von der Witwe des jüdischen, Kaufhauskönigs, Adolf Jahndorf erworben, die vor den Nazis nach Den Haag geflüchtet war. Bei diesem Vorgehen hatte er von der Judenverfolgung profitiert. Die Villa wurde im Zuge der Kämpfe um die Reichshauptstadt im März 1945 beschossen und brannte bis auf die Grundmauern nieder. Das Ehepaar Rühmann Pfeiler flüchtete, nachdem ihr Grundstück zur Hauptkampflinie erklärt wurde. Neun Umzüge in Notunterkünfte innerhalb Berlins folgten bis Kriegsende am 8. Mai 1945. Karriere im Nachkriegsdeutschland im Zusammenhang mit dem Kriegsende äußerte sich Rühmann in seiner Autobiografie, im Mai 1945 hätten russische Offiziere mit ihm Kontakt aufgenommen, um über den Aufbau des deutschen Films zu sprechen. 2001 wurde bekannt, dass er ähnlich wie der Mediziner Ferdinand Sauerbruch oder der Architekt Hans Scharun auch mit der Gruppe Ulbricht in einer beratenden Verbindung war. Die allererste Ausgabe einer deutschen Zeitung in der sowjetischen Besatzungszone berichtet bereits über Rühmann, der jedem am Wiederaufbau Beteiligten, Freude und Entspannung, wünschte. Am 28. März 1946 wurde im Rahmen der sogenannten Entnazifizierung festgestellt, es bestünden keine Bedenken gegen eine weitere künstlerische Betätigung des Herrn Rühmann. Bis dahin hatte für ihn ein Auftrittsverbot bestanden. Rühmann beantragte im Juli desselben Jahres eine Genehmigung für das Aufführen von Theaterstücken und reiste mit einer kleinen Theatergruppe umher. Rühmann gründete 1947 im Westsektor die Filmgesellschaft Comedia, die nach mehreren Misserfolgen 1953 in Konkurs ging. Erst mit Hilfe des Regisseurs Helmut Keutner gelang ihm ein Comeback als Schauspieler, zunächst in dem Film Keine Angst vor großen Tieren, dann in der Tragikomödie Der Hauptmann von Köpenick, in der er den Schuster Wilhelm Vogt spielte und dafür 1957 mit dem Preis der deutschen Filmkritik ausgezeichnet wurde. In den folgenden Jahren spielte Heinz Rühmann in zahlreichen Unterhaltungsfilmen von unterschiedlicher Qualität und konnte an seine früheren Erfolge anknüpfen. Rühmann drehte 1960 die Paterbraune Däpschen Das schwarze Schaf und 1962 die Fortsetzung Er kann's nicht lassen. Der Regisseur Helmut Ashley erinnerte sich zu der Verpflichtung des Filmkomponisten Martin Böttcher, der beide Filme vertonte und auch die Rühmann-Filme Max, Der Taschendieb und Die Ente klingelt um ein halb acht. Merkte ich, dass hinten eine Tür aufging. Heinz Rühmann schlich herein und setzte sich in die letzte Reihe. Ohne ein Wort zu sagen. Nach einer Viertelstund verschwand er. Er wollte sich vergewissern, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Helmut Ashley, 2007, 1966 erhielt Rühmann das große Bundesverdienstkreuz. Auch nach seiner Anfangszeit trat Rühmann weiterhin am Theater auf, so Z. B. an den Münchner Kammerspielen, wo er unter der Regie von Fritz Kortner in Warten auf Godot zu sehen war. Von 1960 bis 1962 war Rühmann Mitglied des Wiener Burgtheaters. Zunächst spielte er dort in Mein Freund Havi am Akademietheater, danach verkörperte er den Willi Lohmann in der Tod des Handlungsreisenden. Am 31. Dezember 1976 gastierte Rühmann als Frosch in Die Fledermaus an der Wiener Staatsoper. Im Jahr 1970 starb seine Frau Hertha Pfeiler in München an Krebs. 1974 heiratete Rühmann auf Sylt seine dritte Frau, die Autorin und geschiedene Verlegersgattin Hertha Drömer, die er bereits Mitte der 1960er Jahre im Hause von Siemens kennenlernte und 1971 erstmals wieder kontaktierte und zu einem von ihm gesteuerten Alpenrundflug einlud. Von 1977 bis 1982 wirkte er in der Martinet rund um die Oper in der Bayerischen Staatsoper mit, zu der ihn der damalige Intendant August Everding eingeladen hatte. Als Vertreter des Publikums erkundete Rühmann in dieser oft angesetzten und beliebten Veranstaltung alle Bereiche der Welt der Oper. Die Konzeption dieser Martinet hat mit ihm Klaus Schulz entwickelt, der ihn in den Jahren 1985 bis 1993 wiederholt zu Lesungen in den von ihm geleiteten Theatern von Aachen und Mannheim engagierte. In seinen letzten Lebensjahren entdeckte Rühmann die Rezitation als eine neue Leidenschaft und tauschte mehr und mehr Bühne und Leinwand gegen Rezitation-Spult und Plattenstudio. Besondere Beliebtheit erlangten in diesem Zusammenhang seine Weihnachtslesungen, die im zweiten deutschen Fernsehen gezeigt wurden, u. a. 1984 in der Sankt-Michaeliskirche in Hamburg. Bei Stas in der Manege 1980 trat Rühmann mit dem Clown Oleg Popov auf. Als am 20. März 1981 seine Kollegin Edith Schulze-Westrum verstarb, mit der er in den 1930er Jahren unter Otto Falkenberg zusammengearbeitet hatte, hielt er bei der Beisetzung auf dem Waldfriedhof sollen in München die Grabrede. 1982 veröffentlichte er unter dem Titel Das war's seine Autobiografie. Anlässlich seines 90. Geburtstags wurde 1992 eine Sondersendung im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Loriot und Evelyn Hamann trugen einen neuen Sketch vor und verbeugten sich anschließend vor dem »Geburtstagskind«. Im Jahr 1993 trat er in der RTL-Sendung Gottschalk Late Night auf. Seinen letzten Auftritt hatte Heinz Rühmann am 15. Januar 1994 in Linz bei der Fernsehshow Wetten – Das. Das anwesende Publikum feierte den bereits zur lebenden Legende gewordenen Schauspieler mit minutenlanger stehender Ovation und rührte ihn zu Tränen. Am 3. Oktober 1994 starb Rühmann in seinem Haus in Aufkirchen am Starnberger See im Alter von 92 Jahren und wurde einen Tag später auf seinen Wunsch eingeäschert. Die Urne wurde am 30. Oktober 1994 in Aufkirchen beigesetzt. Die Gemeinde Berg, zu der Aufkirchen gehört, benannte eine Straße, in deren Nähe er zuletzt lebte, in Heinz-Rühmann-Weg um. Auch die Gemeinde Grünwald hat in dem Ortsteil Geiselgersteig unweit des Bavaria-Geländes eine Heinz-Rühmann-Straße. Schallplatten Rühmann hat auch zahlreiche Schallplatten aufgenommen. Seine berühmteste war das Seemannslied Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern, komponiert von Michael Jari und aufgenommen am 30. Juni 1939. Auch der am 1. April 1938 erschienene Kinofilm Fünf Millionen suchen einen Erben brachte mit Ich brecht die Herzen der stolzesten Frauen einen Evergreen hervor. Das von Rühmann gesungene Lied Wozu ist die Straße da? gehörte zu den Titeln, die 1943 zur Beschallung des Lagers Majdanek im Rahmen der Aktion Erntefest verwendet wurden. Als am 11. August 1955 der Film Wenn der Vater mit dem Sohne in die Kinos kam, wurde das hierin gesungene Wiegenlied Lallelu berühmt. Neu arrangiert und mit zeitgemäßen Rhythmus unterlegt, gelangte es im November 1993 in die deutschen Singlecharts. Pilot Heinz Rühmann lernte privat bei Eduard von Schleich, einem ehemaligen Kampfpiloten des Ersten Weltkrieges, das Fliegen und erhielt 1930 die Fluglizenz. Sein erstes Flugzeug, eine KL 25, finanzierte er aus der Gage von die drei von der Tankstelle. Er war ein überdurchschnittlich begabter Pilot. Als bei den Dreharbeiten zu Quacks, der Bruchpilot der zur Verfügung gestellte Berufspilot wegen eines Beinbruchs ausfiel und aufgrund des Krieges kein Ersatz zu bekommen war, flog Rühmann in sämtlichen Szenen selbst, darunter auch die Kunstflug-Einlagen. Aus Altersgründen verkaufte er mit 65 Jahren seine Maschine, legte sich jedoch bald wieder eine neue zu und flog noch bis zum 80. Lebensjahr. Dann gab er seinen Pilotenschein endgültig ab. Sonstiges Heinz Rühmanns erstes Automobil war ein Dreiradfahrzeug der Marke Diabolo, die von 1922 bis 1927 in Stuttgart und Bruchsal gefertigt wurde. 1933 als er in der Salzbrunner Straße 38 in Schmagendorf wohnte, besaß er ein Röhrauto mit dem Kennzeichen IA 6885P. Untertitelung des ZDF, 2020